Die Zweiklassengesellschaft, sie ist jetzt offiziell angekommen. Es ist jetzt amtlich die Deutsche Bahn. Sie übt Rassismus gegenüber Deutschen, denn es werden nur noch Deutsche auf gewissen Zugstrecken auf ihr Ticket kontrolliert. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Und es ist völliger Wahnsinn, Leute. Es ist absoluter, völliger Wahnsinn. Die Thüringer Allgemeine hat jetzt ans Licht gebracht, was wir alle schon vermutet haben. Es ist nicht nur so, dass die Bahnmitarbeiter öfters bei offenkundig Nicht-Deutschen wegschauen, wenn es um die Ticketkontrolle geht. Nein, eine Sprecherin der Deutschen Bahn hat das jetzt auch offiziell bestätigt. Und das ist der eigentliche Skandal auf der berühmt-berüchtigten Zugstrecke Erfurt-Sul oder Suhl-Erfurt, wo die Erstaufnahmeeinrichtung sitzt in Suhl und Erfurt, der Landeshauptstadt, wo das Landesamt für Migration sitzt. Es ist eine der gefährlichsten Zugstrecken in diesem Land. Es wurde schon mehrfach ein Brandbrief Richtung Bodo Ramelow geschrieben. Es wurde schon zuletzt jetzt 336.000 Euro Anfang des Jahres in mehr Sicherheit investiert, was auch immer mehr Sicherheit hier sein soll. Es ist jetzt offenkundig, nicht nur das passiert, was wir alle denken, sondern man hat es jetzt auch bestätigt. Ein älteres Ehepaar ist in der Regionalbahn 44 von Arnstadt nach Erfurt gefahren. Sie haben beobachtet, wie die Bahnmitarbeiter die Asylbewerber einfach ausgelassen hat bei der Kontrolle. Und hier besteht der Verdacht, dass man hier Rassismus übt gegenüber anderen, indem man eine gewisse Gruppe, die man rein optisch erkennen mag, also anhand des optischen Erscheinungsbildes, dass es sich um einen Asylbewerber handelt, reicht für Mitarbeiter der Deutschen Bahn aus, um die Ticketkontrolle auszusetzen. Weiter heißt es nach einer Aussage der Sprecherin des Bahnunternehmens, lediglich in schwierigen Situationen können unsere Mitarbeiter zur Deeskalation selbst entscheiden, wie sie vorgehen. Es ist hier also offenkundig, dass man in diesen eskalierenden Situationen, die nicht mit Deutschen passieren, sondern nur mit Ausländern, dann einfach es den Mitarbeitern überlässt, ob sie diese Ausländer kontrollieren oder nicht. Und das geht absolut gar nicht. Wir haben nicht nur ein Antidiskriminierungsgesetz in diesem Land, wo Ferda Ataman jetzt hoffentlich mit einem Bußgeld das zuständige Bahnunternehmen hier mit einer ordentlichen Strafe belegt. Nein, wir sind auch eigentlich alle gleich vor dem Gesetz. Und sie machen in Erfurt ernsthaft das, was dafür gesorgt hat, dass die AfD so erfolgreich geworden ist. Sie klassifizieren uns in zwei Klassen Menschen. Menschen, die Menschen, denen wir es abnötigen, uns jedes Mal ihr Ticket zu zeigen und die Sorte Menschen, bei denen wir uns nicht trauen, nach dem Ticket zu fragen, um von vornherein deeskalierend zu wirken. Und weil das Ganze noch nicht schlimm genug war, können wir uns hier mal eine Situation aus Suhl anschauen, aus einem Supermarkt. Ich habe die Bits. Fuck you! Fuck you, man, nigga! Gib mir meine Bits, ich habe die Bits! Fuck you! Ich habe die Bits, man! Yeah! Ich habe das, was ich bin. Ich habe die Bits. Fuck you! Ich habe die Bits! Und so weiter und so fort. Von diesen Videos gibt es zahlreiche aus Suhl. Und was meint ihr, wie viele in dieser Erstaufnahmeeinrichtung sind in Suhl? Die meiste Zeit waren es 1600. Aktuell sind es nur 900 Personen. 900 Personen, die hier eine ganze Region, ein halbes Bundesland auf den Kopf stellen. Eine einzige Regionalbahnlinie so lange terrorisieren, bis man inzwischen aufgibt und sagt, okay, du siehst aus wie eine Kartoffel, ich hätte gern dein Ticket. Und bei allen anderen sagen wir, deeskalierend frage ich nicht nach dem Ticket. Das ist Rassismus gegen Deutsche, das ist Rassismus gegen Weiße, das ist vor allem Rassismus gegen Inländer. Das müssen nicht nur Deutsche sein. Es ist wirklich phänomenal. Jetzt wird hier optisch einkategorisiert. Und was meint ihr, wie viele Deutsche dabei sind, die Migrationsgeschichte haben, und die jetzt hier von den Bahnmitarbeitern aussortiert werden und man sich nicht mehr traut, sie anzusprechen. Wenn es soweit ist, dann müsst ihr das Bahnsystem umbauen wie in den Niederlanden. Dort gibt es die Ticketkontrollen zum Einlass und zum Auslass aus den Bahnhöfen. Dort kann gar niemand ohne Ticket einsteigen. Aber nochmal, 900 Personen in einer Erstaufnahmeeinrichtung zerlegen hier ein halbes Bundesland. Gut, eine Regierung, die sich selbst zerlegt hat, da wird jetzt erstmal auch nichts draus. Aber wir haben Hunderttausende davon im Land. Bereits dieses Jahr über 160.000 Erstanträge. Was meint ihr, was los ist, wenn die sich mal alle organisiert irgendwo auf die Straße setzen und meinen, sie sind der Herr im Haus und uns mal zeigen wollen, wer hier die Hosen anhat. Dann sehen wir ziemlich alt aus, denn der Staat, der hat uns Bürger ziemlich entwaffnet. Wir können uns gar nicht richtig zur Wehr setzen. Wir können nur versuchen, andere Politik zu wählen. Und auch dann bekommt man meistens nicht das, was man wollte. In Thüringen und in Sachsen werden sie es jetzt bald erleben. Ich bin gespannt, wie Brandenburg ausgeht. Ob Woidke dann wirklich weg ist, wenn die AfD nur 3% mehr hat wie er. Ob ihm das reicht, seine Karriere zu beenden. Genug Geld verdient hat er, genug Ansprüche hat er auch. Aber wen will er dann hinterher schicken? Es ist ein einziges Trümmerfeld. Es ist, wie ihr es kennt, völliger Wahnsinn. Aber auch hier in Erfurt, in Thüringen, in Suhl, es ist völliger Wahnsinn. Ja, sie wollten ja Kurse geben in der Erstaufnahmeeinrichtung für Verhaltensweisen beim Zugfahren in Deutschland. Leute, das hat nichts mit Verhaltensweisen zu tun. Das sind Menschen aus einem anderen Zivilisationsstand dieser Welt, die hier zu uns kommen. Das sind Menschen aus der dritten Welt, die wissen nicht, dass es Kühlschränke gibt, teilweise Gefrierschränke, dass man bei uns im Supermarkt einkaufen geht. Es gibt aus Suhl noch mehr Videos, wo sie, wenn sie angekommen sind in der Erstaufnahmeeinrichtung, zum ersten Mal ein totes Tier abgepackt in einer Plastikschale liegen sehen. Das ist kein Spaß. Ich meine, das ist überhaupt nicht böse. Also, die Leute wissen auch nicht, was ein Elektroherd ist. Sie können nicht elektrisch kochen. Die haben das noch nie gesehen, dass Strom aus einer Steckdose kommt und da eine Maschine ist mit Knöpfen und dann da oben drauf was heiß wird. Aber diese Leute, die nehmen sie ja auf. Das ist schon mal der erste Fehler, würde ich sagen. Und den zweiten Fehler machen sie, indem sie dann einfach sagen in Suhl, ja Leute, geht mal in den Supermarkt und schaut mal, wie weit ihr kommt. Das ist völliger Wahnsinn. Leute, die von seinem so niedrigen Stand der Zivilisation kommen, was man wirklich so sagen muss, denen muss man ein bisschen mehr helfen als nur ein Integrationskurs, einmal zwei Stunden die Woche. Und selbst dann ist es fraglich, ob solche Leute am Ende Anschluss hier bei uns finden, ja. Die Leute, die müssen alphabetisiert werden, die müssen die Sprache lernen, die müssen mindestens mal Englisch lernen. Dann muss man ihnen noch eine Hilfsarbeitertätigkeit mindestens anlernen, die sie nicht jeden Tag vergessen. Ich meine, das ist auch nicht böse, es gibt ganz viele Hilfsarbeiter, die muss man jeden Morgen eine Stunde neu anlernen, kostet auch jedes Mal Geld. Aber das ist es, mit was man sich in der Wirtschaft rumschlagen muss. Davon haben unsere Politiker natürlich keine Ahnung. Die kennen nur ihre hochbezahlten Spitzenjobs, die hier reinweise abwandern, weil auch die Spitzenleute inzwischen das Land verlassen. Selbst Intel in Magdeburg ist ja so eine Sache. Ich habe das sowieso nicht gemocht, diese Ansiedlung. Intel geht es nicht gut, jetzt werden sie das Projekt streichen. Taiwan Semiconductor in Dresden bringt dann einfach 70 Koreaner taiwanesische Ingenieure mit und so hat man dann am Ende auch nichts gewonnen. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Wie findest du diesen Skandal aus Thüringen, aus Suhl hier? Bist du genauso entsetzt wie ich oder sagst du, kein Problem, wir machen einfach weiter wie bisher und wir wählen weiter Altparteien. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal, X und Telegram und verpasste nichts. Damit bis bald.